Abschlussstimmung an der Friedrich-Schlosser-Schule in Jäfer. Insgesamt 35 Schülerinnen und Schüler verließen nun offiziell die Schule. Am Freitag bekamen alle ihre Zeugnisse im Rahmen einer Feierstunde. Dazu wurden nicht nur bewegende Reden gehalten, sondern auch ordentlich Stimmung gemacht. Dafür sorgte neben der Schulband Tinnitus auch die Lehrerband. Die Lehrer wollten in diesem Jahr nämlich keine Rede halten und deshalb sangen und musizierten sie und verabschiedeten sich so von ihren Schülern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017